Ja, jetzt mal hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei PyroShock und zwar gibt es heute mal einen kleinen Salute-Bomben-Obervergleich. Ja, wir haben die Flashbangs von Niko, die Flashbangs von Weko, die Flash und Thunder von Weko, die ganz alten Knockouts, die mit den Sternen, also so wie sie früher mal waren, die Knockout als Superböller-Charge, also wer die noch kennt, die ist schon tagelig in Älter, und die Thunder Kong Max, ich weiß gar nicht, als welche Edition die mit 35,3. 6,4 Gramm, ob das die bessere oder schlechtere ist, weiß ich gar nicht. Aber ja, die paar Dinger habe ich, und ich werde es einfach mal gegen testen, gut, klarer Gewinner sind natürlich die, aber mal gucken. Ja, jetzt unser kleiner Salute-Vergleich, ist ein bisschen mehr geworden, wir fangen an mit den alten Thunder Kongs, oder äh, alten Knockouts. Noch die Sternen-Charge. So, der Superböller. Im Hintergrund geht es schon wieder mit Mini-Five-Raketen ab. Die sind auch richtig gut, Flash and Thunder von Weko, die Ranz-Dinger. Ah, kam die wirklich aufhör. Die ist Summer Kong Max. Ja, Max. Die mit Tracklink? Nee, das sind die, äh, das, nee, die ganz alte, ganz alte, naja, was ist ganz alte? Letzte Charge an sich mit Max-Befüllung. Max-Befüllung. Oh, aber Sterne drin. Stern. Doppel-Demolition. Doppel-Dildo. Einer am Boden. Ich wollte es nicht zerlegt, ey. Ist der Thunder Kong Whistling? Nicht Whistling? Nicht Whistling? Nee, Whistling. Deine Lache, ey. Ja, ich muss mich zusammenreißen. Oh, der hat drückt. Die waren gut. Jetzt einmal neu, die Thunder Kong Smoke. In Rot. Nee, kannst durchbrennen. Brenn durch. Kurze Lunte, ne? Nee, die geht relativ weit runter. Ja, klar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja, das zählt man schon mal. Nochmal ein Thunder Kong Smoke, ein Blau. Der hat eben nicht gezündet. Das ist jetzt schon unser dritter von drei Packungen, der nicht zündet. Zweimal Gelb, jetzt einmal Rot. Schlechtes Ergebnis, Lassi. Beziehungsweise Rot war gar nicht Rot, sondern Lila. Oh, der war gut. Und als letztes der altbekannte Flashbang. Die sind am lautesten, finde ich. Ja, Flashbang ist mit vier Gramm echt am besten. Die haben echt...